hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von dead island 2 wir sind immer noch auf dem studio gelände haben bei michael gefunden und geholfen und antworten jetzt auf einen notruf von der guten keine ahnung wer hieß sie hess 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 hannah hannah hann na hann a hann a hann a genau Hallo. Rückwärts Anna. Frau Birk. Anna. Waren wir schon. Ich hoffe, sie gewartet. Gut. Ich bin ein Mensch. Ich habe keine Korpsen. Ich mache keine Korpsen. Obwohl, wenn er ein Korpsen ist, dann kann ich das für Sie. Du hast nicht gesehen, die Bobcats in action. Er ist ein Survivor. Und er hat sich... Unique Weapons. Er wird es für ein Zeit. Unique, eh? Okay, wenn Rav's alive, ich will ihn finden. Danke für die Zompocalypse Helpline. Sompocalypse Helpline. Sein Typ ist aber wieder richtig kreativ. Guck mal, da hat er mal links an. Der Rücke. Warte mal, wir haben noch hier neue Kartenläufe. Ja, 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 klare Sicht. Na, nicht klare Sicht. Die hier. Halt erbarmen. Nicht nachlassen. Angriffe auf Zombies, die unter einem Status-Effekt leiden, erhalten einen moderaten Schaden-Boost. Äh, hier ist eine Werkbank, ne? Hast du gesehen, ja, ne? Ja, ja. Ja, ich meine nur, weil... Ich will kurz hier ein bisschen die Axt upgraden. Und zwar mit, äh... Angriffsgeschwindigkeit. Erhöht den Schaden, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Oh, ein Lagerspinne. Bei jedem Einlagern. So. Ja, was willst du denn ein Lager? Die Waffen, die ich verkaufen möchte. Mal wieder, mal wieder Plotzen. Ja, ich glaub nicht, das ist so viel. Doch, doch, doch. Ja, Bergbank. Na gut. Achso, ja, wir können noch mal eben... Ich könnte noch mal reparieren. Zumindest mein... Drei kommende Wachsamkeit. Hu, hu. Moin. Was geht hier? Ah, ja. So, nix los hier. Dann? Lass mal weiter laufen hier. Aber beim Hotel... Da waren wir doch schon. Jaja, hab ich verlassen. Beverly Hills. Achso, das war ein Nebenquest, oder? Ja, genau. Irgendwie hat die ein Messer im Bauch. Die dreht sich da links. Bei mir hat sie ein Zimmermannshammer im Kopf. Hehehe. Hehehe. Äh... Jetzt ist es... Die Quest ist quasi genau gegenüber. Ich... Die Hauptquest. Schreier? In dieser Gegend... In dieser Gegend... Ich guck grad wegen der Nebenquest. Aber dann müssen wir zurück zum High... Iperine Hotel. Ja. Na komm, wir treffen... Wir treffen Sam. Okay. Die andere Quest können wir noch machen. Da sind Schreier. Wo? Also... Bei der Quest. Ich nehme an... Sie machen genau das... Was ich denke, dass sie machen. Woher siehst du das aus? Schreier sind. Wenn du auf die Karte guckst... Und mit der Maus da rüber gehst... Ja. Schreier Hotspot. Hä? Den weißen Kreis einbewegst. Ich hab nur einen Kotzbocken Hotspot. Ja... Und links daneben bei der Quest ist der Schreier Hotspot. Also ich sehe da keinen Hotspot bei mir. Hm. Furiosa. Ein Elektrischstern? Der ist sicherlich... Berauf! Ja, warte mal. Den können wir ja gerne testen. Wahrscheinlich... Testen erstmal... Deswegen stehen die da unten wahrscheinlich auch zum Testen. Ja... Das sieht doch ganz gut aus. Toastpot ist fertig. Okay. Wer tut's was? What? Find the key. I like caustic slime. Pouring out the waste pipes. Run through or find the shelf. Okay. Ich würde alles irgendwie Grund haben, ne? Ja, zufälligerweise ist genau hier unten ein Ventilrad. Ja, ich hab doch schon das Ventil da angemacht, dass das Stein da weggeht. Ja, das wäre da, weil wir das andere erstmal ausmachen müssen. Und jetzt kannst du... Genau... Irgendwelcher Müll auf jeden Fall. LOL. Das würde sich aus, als der vorliegende Sorge laufen wäre. Hehehe. Oh, hier ist Loops. Der hier. Aha. Wo bist du denn? Ja, er hat doch nur einen Arm. Den anderen benutzen. Nein, deswegen zimmer ich erstmal... LOL. Ich hab doch schon hier Eindruck, welches Rohr ist denn hier? Warte mal, wenn wir das zudrehen? Oder drehen mal? Hab ich. Was aktivieren wir hier gerade? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Du hast jetzt keine Sicherung. Ohhohoho oooh. Ok, ok, ok. Dafür, also die Sicherung. Hör mal, so. Ja, der brauchst alle durchlaufen. Ich kann da ruhig Durchhüpfen. Ach, hier ist eine, hier, ähm, so eine Waffenkisse hier. Mit einem Polizeiknüppel. Ja, und Knochenmesser, ja. Ok, dann müssen wir jetzt wohl, ach, hier rein. Warte, 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 ich warte, man konnte hier die Kiste zertrimmen. Also ich glaube, du bist eher von der Feuerwehr und nicht ich. Ja, da bin ich mit Acht nicht fertig, ne? Sicherungskasten, Sicherung erforderlich, ok. Oh Gott. Äh, raus am Stroh. Links sieht rot aus, dann können wir glaube ich noch nicht rein, ja. Ich bin irgendwie sicher, wie rot. Wie geht es überhaupt durch, sag mal? Äh, wie schätze? Cooling Water. Die sind immun gegen eine Acht, was soll das denn? Die Feuerwehr-Leute waren gerade immun, ey. So laut kann man die Tüli oben machen. Vielleicht den Druck aus, um den Lockdown zu beenden. Hey, hey! Unmatch the pressure! 20, 70. 20, 70. Ah! Der Strom müsste eigentlich ausgeschaltet werden. Ja, ja. Hier ist auch noch ein Ventil. Ah, 20, 50, 70. Okay. Voller schwere Rätsel, ey. Naja. Naja. Naja, okay. Naja. Nja. Nja. Äh, äh, nee. Naja. 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 Loll, er hat gar einen Fuß angeflogen mit Schuh an. Phil hat einen Schlüssel gedruckt. Da liegt echt ein Fuß. Wo liegt der Fuß? Da, ein Fuß mit Schuh an. Ich hab da eine Rohrbombe hingeschmissen und Leute, wie er dich halt killen wollte und das hat nicht funktioniert, weil er einfach nebengeschrungen ist, der Idiot. Ja, hallo, Führer, sie haben da eine kleine klappende Wunde am Kopf. Also irgendwie ist die Axt auch nix, ne? Das ist der Knüppel, mein Liebling. So, was haben wir denn hier? In den Rohren? Ja, was gibt's denn in den Rohren? Leute, benutzt auf keinen Fall die Notenregelung. Okay, also Notenregelung drücken. Hä? Phil hat einen Schlüssel getroppt, den wir brauchten. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dann nehme ich mal an, dass wir zurücklaufen. Na ja. Dann können wir auch, genau. Kannst mal aufschließen. Vorschlag haben. Hey, das ist Sam. We're almost there. Grisha Fun Trumpet. I'm inbound. Vom Bauplan? Hm, Vorschlag haben wir. Können wir das Ding mal ein bisschen upgraden? Äh, Bluetooth Schaden bitte. Also mehr Wumms. Und du machst, äh, äh, mehr Schaden, weniger Halbbarkeit. Okay, und einfach hier mal die Axt. Auch wenn sie nicht so toll ist. Und da sind voll die Stacheln vorne eingebaut. Bermächtigung. Okay. Scope ist immer noch offline. Wo ist der Vorschlag? Da ist der Vorschlag. Tauschen wir mal eben aus. Suche Zombie zum Testen. Freiwillige vor. Das war ja mal ein lächerlicher Wurf. Geil, die Schuhbecken, die fliegen geradeaus, müssen aber... Keine Ahnung. Neu-Genea oder so. Du Reise. Boah, der Taubens war schadenkritisch. Wollen wir auch hier runter treten? Aber das Fass kann man locker hier runter treten. Oh! Oh! Geil weg! Das Fass dich. Hier. Lol! Das musst du doch treffen. Ich hab da einen getroffen links. Hat doch 800 Schaden gemacht. Was ist das denn? Wie ein Schwerpunkt? Oder was? Ich bin gerade unter die Map geglischt. Ach Quatsch, echt? Ja. Ich fall grad runter. Ich fall grad durch die Map durch. Und fels und fels. Ja. Das ist so schwank. Okay, also so ein Finisher starten, während da irgendwas passiert, sollte man nicht. Und ich fall immer noch. Echt? Mhm. Ja, ich glaub du wirst auch noch länger fallen. Ja, ich bin grad fast einen Kilometer entfernt. Ansonsten beende kurz und schau nochmal neu. Also würde ich jetzt sagen. Ja. Jetzt kommt so, so während der Bewegung kann das Spiel nicht beendet werden. Nee, ich bin raus. Nee, nee, ich warte jetzt eben nicht auf dich. Ja, das ist... So, Verbindung wurde hergestellt. Und du fällst und fällst. Ich hoffe nicht. Nee, nee, steht vor mir. Ja, siehste, Gott sei Dank. Okay, und weiter geht's. Ja, ich komm sofort. Da ist der, okay. Komm hier rein. Da müsst ihr ja Nachmittag auslösen, ne? Geht nicht. Aber hier ist irgendwie nichts. Oh, da kommt rein. Ja, 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 ja. Samurai und schlechte Einhandversammeln, okay? Ja. 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 Da kommt wieder an. Oh, da kommen die Warnere her. Der ist voll drühen. He's got it. Whose Gap is this? Nicky Gut, big game hunter on cable. I saw her a snow leopard once. Wow, that's niche. Fake snow too. Locked. Oh, hello. Well, here she is. Not looking so hot today, Nicky. Hey, bitch. Still think you're too good for running fucking red... What's the fuck, honey? Geschrien. Okay, that's it with him. What's going on with me? I can also cry. I can't cry. ja der macht spaß die haupt teilweise irse wegknübelst aber wie der immunes gegen den hammerschlag was los mit dem das ist wieder immun gegen hammerschläge was? da hast du den Hammer Immun ey krass schnack mal hier Rohrbombe rein vorsicht Rohrbombe hoppala da ist hin die gute und er ist auch tot leere Fähigkeiten Slots ist immer gut zweite schlechte Fähigkeit was nehme ich denn nicht nachlassende Angriffe stark drauf weil sie am Boden liegen ja ok war kein Superlood ne irgendwie so ein bisschen naja das kommt jetzt noch es gibt schon genug Unique Waffen naja gut sicherlich so waffenkamera irgendwie Waffen ein Computer hier von Ronny hat von 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 nikJau von 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 Na gut, wenn du dich auf den Kopf triffst, mal eben fast 1000 Schaden, ist schon nett. Ich hab ihn mit dem Kopf, ey. Warte mal, ich hab dich gerade voll gekotzt. Nein, der ist sonst kein Trotten Muss mal eben uns wiederholen Ich muss die Heilung nehmen So, war's das? Ich glaube, einer ist durchgekommen, ne? Ja, nicht nur einer Geht aber noch mal kurz Munition holen Ja, toll, gute Trug Ja, geht nicht, geht zweimal Komm schon, wir sind fertig Guck mal, wir sind fertig Guck mal, wir sind fertig Guck mal, wir sind fertig Hallo Neue schlechte Karte, was haben wir denn Neues? Schleiffeuer, trifft ein Zombie mit einem Wurfgeschäft Ne Ne, uninteressant Schnellladevorteil, okay So, kehre zu Elmer und Armwesen zurück Welche Quest ist, wo sind wir denn überhaupt? Das ist gut, dann können wir verkaufen gehen Wir müssen zurück nach BDL Superclaw Sauberclaw Bringer Ja Ja Ja, der Hammer macht nicht mehr Spaß Ja, wir frage ich's, wie kommen wir hier raus? Also, gucken wir, ob wir noch jemanden sind Guck mal, wir müssen dann Guck mal, da wo wir hergekommen sind Ja, da wo wir hergekommen sind Wie lange, glaube ich? Ne, da lange, wo du lange jetzt We are out of here We are out of here We are out of here Thanks, Mom Wir hatten mal eben spontan die hintere Schädel Hälfte gefehlt Ja, mitunter ist da bisschen Pech bei Wenn wir da runter gesprungen werden Was ist das? Ist ja nicht so, dass es nicht interessant aussieht, ne? Serumskasten ist da Der fehlt in der Sicherung, ja Oh, wollen die kaufen, sag mal? Ja, ja, ich glaub, die kommen sogar kaufen Ach quatsch, echt? Ja Sorry for this Wir müssen, also vielen Dank rein, okay Ich glaub, der Hanna macht auch mehr Wumms, ne? Noch der Hier ist ne Mod Im Regal, ein Bauplan für ne Mod Ich mein, das macht's recht ungleich interessanter, wenn man die Häuser durchsuchen kann, ne? Ja Also fände ich Aber das riecht schon langsam wieder nach Feierabend Wie bitte? Zaftbrut ist das? Ja, so langsam aber sicher Was? Was war das denn? Oh, wie das zersetzt, äh, das sieht krass aus Oh, hier sind safe Okay Oh, ne? Wir haben da schon wiedergefunden So, Hey, Herr, hast du ihn schon wiedergefunden? So, du bohlt den hier oben Alter, tutaj fallen grad taunt Leute runter So, die bohlt einfach Haben hamert mal eben kritisch tausten Schaden gemacht Ja, ja, das ist das Ja, das ist ja, das ist neu Ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich alles lösen soll. Jetzt lösen wir erstmal alles. Nein, wie du halt instant weg prügelst, wenn du gedrückt hältst, das ist so geil. Geile Meditation. Warte, wir können mit dem wunderbaren Sonnenaufgang in L.A. beenden wir diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch in der nächsten Folge dabei, wenn wir weiter mit unseren kleinen Hämmern Zombieköpfe zum Platzen bringen. Macht's gut, habt eine schöne Zeit, bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.